Hallo Leute, willkommen zu meinem Kanal. Ja, auf meinem Kanal. Ich war jetzt von heute schon mal. Ich hab mal einen Salat hier so mit ihm gesagt. Ich hab's auch gemacht. Und wir haben einen Sohn Salat schon mal. Und wir waren auch bei mir, haben wir leider nicht gefilmt. Tut mir leid. Ja, ich dachte immer, ich filmen, ich mach's doch nicht. Dann haben wir noch einen Controller gekauft. Dann wollte ich uns mal weiter machen. Gönn ich einen Controller. EPS4. Und... Einen Mion. Leute, gönnt euch dieses schrotte Handy. Seht ihr das? Das passiert, wenn ein Hund auf dein Handy draufsteigt. Hä? Ich würd sagen, ich geh jetzt in den Schwimmbad mit Salat. Und dann machen wir so ein bisschen. Uah, mein Kopfhörer. Leute, ich bin nach meinem Kopfhörer gestiegen. Jo. Hier liegt der Kopfhörer ein bisschen flach. Flach, Liga. So, ich muss jetzt noch ein paar Sachen zusammenpacken. Ich muss jetzt mein Geld drauf an. Ja, meinen Schlüssel hab ich jetzt schon rein. So, ich muss jetzt mal gucken. Ich muss jetzt mal einen Kettbrotten holen. Schon eh weh. Sagst du mich an der Mund, ne nehm ich, oder? Mal den Schwimmbad. Na, ich muss gut schauen. Schauen wir mal den Schlüssel da schon drin ist. Nein, natürlich nicht. Ah, der liegt da. So. So. Kopfhörer wieder rein. Kopfhörer wieder rein. Ja. Ich glaub, da sind ein Geiswürfel drin. Irgendwie ich jetzt mal, ist mir auch egal. So. So. Oh. Oh. Mein Handy ohne. Aber wie kann ich da nicht? Und wenn... Vielleicht hätte ich noch mal ein Ding abziehen. So. So. Ich würd's sagen, Leute. Das ist schon wieder von diesem Vlog. Ich glaub, ich weiß, dass ich meine Mom da habe. Macht's gut. Cheerio. Und schaff mich da.